Der gelernte Zweiradmechaniker hat 16 Jahre mit Crystal auf der Überholspur gelebt. Jedes Mal, wenn er was genommen hatte, war die Müdigkeit weg und die Glücksgefühle waren da. Dafür brauchte er schließlich anderthalb Gramm Crystal pro Tag. Am Ende hatte er Halluzinationen. Addicted Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.